so meine freunde herzlich willkommen wieder hier bei mir auf dem kanal wir spielen weiter mit dem smartphone tycoon und wir schauen mal auf das nächste design quasi immer gucken wir erstmal noch mit der bewertung von dem letzten smartphone ok bewertung der unternehmen ja da sind wir noch nicht aufgelistet so dann wir mal das nächste smartphone erstellen bezeichnung machen wir noch leckes schmack genau so dann hatten wir ja neue designs machen wir noch mal ein bisschen weiter länge und dicke recht links man muss mal ein kleines bisschen kann liga lautstärke uns an dem wir machen es noch die andere so gut aber ein schönes dunkelblaus design und material wo hin recht da kommt jeder hat das auf seinem handy weniger abdruck kommt hinzu beigeteilt ach jo machen wir das mal so das haben wir auch jedenfalls nächstes mal in die dings testieren in die erstens in die kamera und dann in den bildschirm auf jeden fall machen wir jetzt mal ein leistungsfähiges handy mit zwei gigabyte ram weiß ich immer noch etwas was sie ist android jetzt hier auf zweieinhalb tausend ampere hat mehr erforscht die batterie so denn denn hast fertig gucken wir mal selbst kostenpreis verkaufspreis 1300 nochmal auf 1090 denn das smartphone so ich bin gespannt wie es ist auf jeden fall aber warten wir mal ab jetzt wieder ein paar fans dazu kriegen oder jetzt natürlich ein bisschen schneller gehen 15 bachs haben wir schon wenn ja kann schon wieder aussortiert fans kriegen auf jeden fall so und natürlich verlieren auch wieder ein paar fans ja ihr könnt ja mal in die kommentare hauen was wir so noch zu spielen können ich habe jetzt hier noch so ein internet game gefunden leitstellen software nennt sich das wenn er da mal bock drauf habt da kann ich auch mal ein paar aufnahmen von machen also mir macht sehr spaß ich habe es einmal auf dem handy wo ich das spielen kann und einmal auf dem pc und diesen zwar quasi aktualisieren sich gegenseitig also wenn er da mal was sehen wollt dann kann ich da auch gerne mal was zeigen schreibt einfach mal in die kommentare würde mich auf jeden fall freuen 88 90 prozent 110 bachshammer die arbeiten ja jetzt gleich dran axel und das ist nicht mehr so verpackt ist das ist nicht mehr so verpackt ist dass man gleich die bewertung lesen und dann kriegen wir das schon es geht als weiter in die bachshammer 30 millionen kostet knapp und 92 hammer wie viele kopie und mama das geht aber nix aus gut erstellen aber es war dann blau ist also von der rückseite oder bieten die jetzt zwei marie ansehen so schauen wir mal ich das schlecht ist davon aber nicht das beste gibt es keine speicherkarten unterstützung heutzutage nötige spieleprogramme und für die speicherplatte smartphone markt gibt es viel besseres lautstärke tasten niedrig also höher setzen ja es ist halt so man kann es halt nicht wissen wenn man muss immer erst mal was testen auf markt schmeißen und da aus den fehlern zu lernen gut jetzt werden sie verkauft wir gucken weiter hier in unsere forschung rein marketing machen wir nicht schmeißen das andere marketing natürlich erst noch mal an das mit da auch erfolgreich werden marketing alle an 1,25 million denn wir wollen ja auch reichweite bekommen so haben wir die ein kamera alles alles us us also ich habe nicht genug machen was für ich habe nicht genug alles ich habe nicht genug was für das okay machen wir hier noch den Kamerastyle, dann lernen wir das erstmal und jetzt gucken wir uns mal auch natürlich 55 71 fans 80 84 den punkt ja wenn noch wo ist es aber dass die kamera die frontkamera das ist ein bisschen ändern schauen wir immer noch ein punkt zeige ich mal okay das smartphone und zwei stück die ganze bewertung würde ich es hat hat mhm hier kann ich nix sehen wenn der bewertung alles 18 ja wir müssen büro tun wir dann zunächst einmal aktualisieren 51.000 das hat schon 21 prozent popularität im vergleich zum anderen was sie da können ja schauen wir mal ob man noch hin da kommt jeden fall noch verkauft hier 1150 fans habe ich schon immer wieder welche dazu jetzt knapp 1300 so dass in die hat sich quasi alles eingestellt das geht alles klar so meine freunde dann lassen wir das jetzt erstmal hier und wenn es euch gefallen hat lassen leichter für neue zuschauer könnt ihr gerne ein abo button mal drücken und glocken nicht vergessen in diesem sinne schaut auch bei den anderen projekten wobei eine landwirtschaft zum land 19 oder der wischen ich wünsche euch noch einen schönen tag und wir sehen uns in der nächsten folge macht's gut haut rein